Der Immobilienmarkt ist schwer überschaubar. Nur wenige Unternehmen haben das Potenzial, sich als Fachmakler oder Kompetenzzenter von der Masse abzuheben. Dieser qualifizierten Gruppe eine exklusive Plattform zu bieten, das ist unser Ziel. Willkommen beim BVI-Bundesverband für die Immobilienwirtschaft. Das Real Estate Business Network des BVI ist Deutschlands Immobilienloge Nummer 1. In unserem exklusiven Netzwerk begegnen Sie potenziellen Geschäftspartnern und der deutschen Immobilienelite auf Augenhöhe. Eines unserer Hauptziele liegt in der Förderung von Gemeinschaftsgeschäften der Branche. Hierzu bieten wir allen Mitgliedern Zugang zu MLS Deutschland, der zurzeit führenden Datenbank für Gemeinschaftsgeschäfte in der Immobilienwirtschaft. Werden Sie selbst zum Multiplikator, denn Erfolg kann man teilen. Ständiger Zugang zu besten Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie aktuellen Informationsveranstaltungen stellen sicher, dass das Netzwerk einem hochqualifizierten Kreis von Branchenteilnehmern vorbehalten bleibt. Über unser eigenes Social Network können Sie einfach und effizient wertvolle Kontakte knüpfen. Mit der intelligenten Suchfunktion finden Sie zielsicher die Mitglieder, die Mehrwert für Ihr Business bieten und mit denen Sie in Zukunft Gemeinschaftsgeschäfte tätigen wollen. Die Stärke Ihres BVI liegt in der breiten Präsenz und Marktmacht der Mitglieder. So bündeln Sie Angebot und Nachfrage ganz automatisch über eine Einbindung in Ihre eigene Homepage. Mit unserem Qualitätssiegel zeigen Sie Flagge für ein modernes und innovatives Immobilienkompetenzcenter und steigern Ihre Akzeptanz im Markt. BVI – Ihr moderner Praxisverband